Sein Erfolgsroman Der Schwarm hat ihn international bekannt gemacht. Danach klopften sogar Hollywood-Größen wie Juma Thurman an seine Tür. Und heute ist er bei uns im Video-Interview. Ich freue mich sehr auf Frank Schätzing. Hallo, ich grüße Sie. Hi. Die letzten beiden Romane, Der Schwarm und Limit, gingen in den Science-Fiction-Bereich. Dafür mussten Sie sich richtig viel Wissen aneignen im naturwissenschaftlichen Bereich. Wie macht man das? Da gibt es verschiedene Methoden. Also das eine, man hat ja schon so ein bisschen Vorbildung. Zumindest ich würde kein Buch über ein Thema schreiben, über das ich nicht so ein bisschen weiß. Und der erste Schritt, das zu vertiefen, dieses Wissen, ist Bücher lesen. Also alles, was es im Markt gibt. Dann sich vielleicht die ein oder andere Doktorarbeit schicken zu lassen. Dann in dem Moment, wo man ein breites Fundament an Wissen hat, Fachleute fragen, mit denen diskutieren, ob das, was man so im Kopf hat, funktioniert. Und das sind eigentlich die interessantesten Gespräche. Das ist der interessanteste Teil der Recherche. Denn die sagen, entweder das geht gar nicht. Oder sie sagen, ja klar, kein Problem. Oder sie sagen, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Und das ist eigentlich das Tollste. Wenn die es nicht mehr ganz genau wissen, dann heißt es, es ist möglich. Naja, und dann führt man mit denen stundenlange Diskussionen und dann sollte man eigentlich in der Lage sein zu schreiben. Hat sich Ihre Sicht auf die Welt durch dieses viele Wissen, was Sie sich angeeignet haben, vielleicht verändert? Die hat sich sicherlich insofern etwas verändert, als man seinen Horizont erweitert. Durch die Recherche begreift man große Zusammenhänge eher als früher. Man hat dann eher doch Einzelfänomene gesehen. Und plötzlich stellt man fest, allein dieses Thema Meeresströmung zum Beispiel, also wie da alles miteinander zusammenhängt, wie da alles in Verbindung steht, das sind schon Erfahrungen, die das Weltbild ein bisschen verändern. Was macht das mit Ihnen persönlich? Man wird toleranter. Ich war jetzt nie intolerant, aber es ist ein bisschen die Astronautenperspektive. Wenn man sehr viel weiß, wenn man den Planeten begreift, wie er funktioniert, wenn man mehr über Natur weiß, wenn man auch mehr darüber weiß, wie Gesellschaften funktionieren, dann nimmt man natürlich automatisch auch eine etwas distanziertere Position ein. Nicht, dass man jetzt nicht mehr empathisch wäre, aber man tritt einen Schritt zurück und schaut sich das große Ganze an und man erkennt, wie sich vernagelte und verbohrte Weltbilder da einfügen, wie das so alles seinen Platz hat. Und ich glaube, deswegen ist Bildung so wichtig, je weiter man eben die Fähigkeit hat, via Bildung etwas zurückzutreten und das große Panorama zu sehen, desto weniger läuft man Gefahr, fanatisch oder vernagelt zu werden. Wie läuft das denn bei Ihnen mit der Themenrecherche? Machen Sie aktiv Themen suche oder kommen Themen eher passiv von sich aus zu Ihnen? Da ich von Natur aus eigentlich eher faul bin, suche ich nicht nach Themen, sondern ich lasse mich finden. Das heißt, ich lese viel, ich gehe ins Kino, ich rede mit Leuten, ich lese Zeitung und sehe fern und irgendwann, plötzlich ist da was bei, da merke ich, das löst was aus, da könntest du was draus machen. Und dann gehe ich dem nach. Limit ist jetzt schon zwei Jahre her, woran arbeiten Sie denn im Moment? Neues Buch in Arbeit, noch Recherchephase, ganz was anderes, mehr wird nicht verraten. Schade. Oh ja, ich weiß, aber es ist, Sie wären die Erste. Schön. Naja, und nebenbei gibt es noch so ein kleines Steckenpferd. Ich habe in den letzten Jahren immer zwischendurch eine Gitarre dastehen gehabt und wenn man so drei Stunden geschrieben hat, dann muss man mal die Finger lockern und das Hirn ein bisschen entkrampfen. Und bei der Gelegenheit habe ich so drei Dutzend Songs geschrieben und die gammeln jetzt da oben noch im Hirnkasten rum, die wollen jetzt mal aufgenommen werden, also wird also auch viel Musik gemacht. In welche Musikrichtung geht es? Für mich ist das schwer zu sagen, weil es ist so eine Art Crossover. Also es gibt eigentlich außer Schlager, was ich leidenschaftlich hasse, ist eigentlich alles irgendwo drin. Freunde sagen, dass der Einfluss solcher Leute wie David Bowie unverkennbar wäre, aber auch da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig Gedanken. Ich suche jetzt nicht nach einem musikalischen Stil, sondern das fließt, das kommt raus und das klingt dann halt irgendwie und einordnen sollen das die anderen. Wie sieht es denn aus? Der Schwarm soll verfilmt werden, Drehbeginn sollte 2011 sein. Juma Thurman, Co-Produzentin, Schauspielerin, gibt es da was Neues? Der Schwarm ist auf einem guten Weg. Er ist seit drei Jahren auf einem guten Weg, weil das Team steht. Wir haben ein tolles Drehbuch, wir haben das Schreiben lassen von Ted Talley, der Schweigen der Lämmer geschrieben hat, einen Oscar dafür bekommen hat damals. Wir haben außer Juma auch noch eine Menge anderer toller Schauspieler an Bord. Wir haben einen super Regisseur, sehr renommiert, tolle Produzenten. In den letzten Jahren war es schwer, so ein Ding zu finanzieren, denn das kann man nur teuer oder gar nicht machen. Und wenn man bedenkt, dass James Bond nicht hat gedreht werden können, zwei Jahre lang, weil kein Geld da war, dann weiß man, wie desolat die Filmbranche momentan dasteht. Aber jetzt gerade ändert es sich wohl. Und ich hörte jetzt kürzlich von den Produzenten, dass sie sehr guter Dinge sind, dieses Jahr das Budget zusammenzukriegen. Und dann denke ich mal, dieses oder nächstes Jahr legen wir los. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Freuen wir uns sehr, sehr auf den Film. Ja, Frank Schätzing, vielen, vielen Dank fürs Interview. Danke auch.